Herzlich Willkommen bei MIGA Caravan in Dingelsbühl. bei uns auf dem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid, um mein neues Video zu schauen, um was es geht. Habt ihr im Titel schon gesehen, es geht um den Ladebooster plus um ein Instrument, den Rapid, wo ich persönlich sehr, sehr toll finde und ich möchte mal ein bisschen näher drauf eingehen, warum Ladebooster, für was Ladebooster, Rapid, warum, wieso und da gehen wir jetzt mal näher drauf ein. Das ist der Rapid, Rapid Mikroprozessor. Für was brauche ich den? Wir alle kennen die Thematik in den Fahrzeugen. Wir sitzen jetzt hier in einem nagelneuen Tournee. Auch hier haben wir die Problematik, dass immer mehr Steuerteile und so weiter verbaut sind und dann kommt genau dieser in Einsatz. Warum? Ist eine ganz einfache Geschichte. Der Rapid hat im Prinzip die Aufgabe, den Strom der Statterbatterie zu überwachen. Im Wohnmobil haben wir genau zwei Kreisläufe, das heißt einmal den Stromkreislauf vom Aufbau und einmal den Stromkreislauf vom Kfz. Wir kennen das alle von neumodischen Fahrzeugen. Ich selber habe einmal einen 5er BMW gefahren, ist schon wieder ein paar Jahre her, also das wurde ja nicht besser, eher schlimmer. Die ganzen elektrischen Assistenzsysteme, die da verbaut sind, automatische Spurhalteassistent, Notbremsassistent, Assistent, Assistent, Assistent. Das bürgt aber auch die Tatsache, dass es zig Steuermodule in solchen Fahrzeugen gibt. Diese Steuermodule, auch wenn sie wenig Strom brauchen, brauchen aber Strom. In meinem Fall war der 5er BMW nach drei Wochen dort gestanden, ich konnte den Knopf drücken, es ging gar nichts mehr, Statterbatterie leer. Das gleiche Problem haben wir bei Fiat Ducato 8 hauptsächlich oder beziehungsweise ganz stark. Auch bei normalen 7er Fiat Ducato, wie auch hier bei Bischot Boxster, ist natürlich das Problem, hier sind Statterbatterien verbaut. Statterbatterien verbaut, aber auch Steuergeräte verbaut, die Strom benötigen und zwar permanent. Jetzt haben wir natürlich im Wohnmobilsektor die Problematik gegenüber einem Alltagsfahrzeug. Ein Wohnmobil steht auch längere Zeit. Dieses Fahrzeug ist nicht permanent im Einsatz, nicht täglich im Gebrauch und somit haben wir die Thematik, dass die Statterbatterie natürlich immer ausgezogen wird. Durch die Steuermodule, die verbaut sind, die einen permanenten Stromverbrauch haben. Jetzt wird aber die Statterbatterie sehr langsam entzogen. Das ist das, was ja so eine Batterie gar nicht mag. Es wird immer so leicht Strom genommen und dann sinkt die Voltzahl von 12,7 auf 12,5 auf 12,4 auf 12,3 auf 12,1. Dann fahren wir mal nach einer Woche wieder, kriegt sie wieder ein bisschen Ladung, dann geht das Spiel von vorne los und das ist für die Batterie echt Stress. Und da passiert dann schon, dass sie a. schnell aldert und b. dass sie natürlich, wenn das Fahrzeug mal drei, vier, fünf Wochen steht und nicht bewegt wird, einfach klick, 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 klick macht und nichts geht mehr. So und jetzt kommt genau dieses in die Rolle oder beziehungsweise jetzt dritter Rapid in Kraft, wenn wir den verbauen, weil der überbrückt im Prinzip die zwei Stromkreise von Aufbau zur Statterbatterie. Der hat die Aufgabe, die Statterbatterie immer am Leben zu halten. Er als Mikroprozessor prüft die Statterbatterie und gegebenenfalls, wenn die die 12,8 Volt verlässt, schiebt von der Aufbaubatterie wieder was in die Statterbatterie. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Solaranlage verbaut hat, auch nur ein Modul oder sonst was, die Aufbaubatterie dadurch immer gut geladen wird. Und der Rapid diese Stromsequenz dann vorschiebt in die Statterbatterie, die Statterbatterie schön auf saubere 12,7, 12,8 Volt hält, das Fahrzeug immer startbereit ist. Genau das macht so ein Rapid. Mikroprozessor deswegen, weil dem Ding ist scheißegal, was da an Aufbaubatterie dranhängt. Hängt da ein Lithium-Akku, hängt da eine Bleisäure, hängt da eine Gel, hängt da ein AGM-Akku. Das ist dem Gerät vollkommen egal, weil das ist ein Mikroprozessor, der kann das vollautomatisch erkennen, wählt die richtige Ladekendie, man muss sich um nichts kümmern, drei Kabel anschließen und das Ding läuft wie blöd. Das ist auch der große Unterschied zwischen den ganzen anderen Standby-Lader. Der kann das nämlich nicht automatisch, der kann auch nicht prüfen. Wir prüfen die Statterbatterie, dieses Gerät. Die anderen, die laden halt permanent, aber die haben auch nicht die richtigen Kennlinien. Das ist die Problematik dran. Da hängt dann auch ein bisschen so die Zuverlässigkeit dran. Dieser Rapid kann das eben vollautomatisch, erkennt die Ladekennlinie und checkt die Statterbatterie. Jede, ich müsste jetzt lügen, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was der Intervall ist, ich glaube so um die 30 Sekunden rum, ist der Intervall, wo permanent die Statterbatterie überprüft und gecheckt wird. Und das ist schon geil. Brio hat, das Fahrzeug muss fahren. Und das ist natürlich mit dem Teil immer gewährleistet. Und da macht das Ganze auch richtig Spaß, weil ich bin zuverlässig und das Auto kann immer fahren. Jetzt kommt, jetzt habe ich doch mal den Radio laufen lassen, das Licht brennen lassen, Statterbatterie leer. Er macht doch Klick, Klick, weil wenn natürlich mehr verbraucht wird, wie er nachschieben kann, auch dann wird die Statterbatterie leer. Doch ist das kein Problem. Dann haben wir hier in der Mitte einen kleinen Knopf, da drücken wir dann drauf. Dann erhöht er die Ladeleistung und wir warten circa 30 Minuten, wo er die Statterbatterie wieder auflädt. Ich muss keine Überbrückungsmöglichkeit suchen, ich muss keinen ADAC rufen. Ich warte einfach nur 30 Minuten, drücke da kurz drauf und schon wird ein erhöhter Ladestrom nach vorne geschoben und ich kann wieder mein Auto starten. Drum ein Mikroprozessor und das sind all die ganz großen Unterschiede zu den herkömmlichen Standby-Lader, die es alle so auf dem Markt gibt. Ich muss sagen, ein echt geiles Teil. Jetzt könnt ihr mir wieder vorwerfen, ich wäre WCS-lastig und ich wäre ein Werbekanal von WCS. Da sage ich gleich dazu, bei solchen tollen Kommentaren drücke ich auf die Löschtaste, weil das ist totaler Bullshit. Das Einzige, was ich bin, ist, ich bin leistungsorientiert, serviceorientiert und ich suche die Geräte nach Service und Qualität aus. Und es ist nun mal so, dass dieser WCS Rapid vom Leistungsmerkmal her weit über den anderen herkömmlichen, auf dem Markt befindlichen Geräten liegt. Plus die Garantieleistung, wo ich es letzte Mal schon angesprochen habe, plus der Service, der da dahinter steht. Und das ist für mich maßgeblich und Werbekanal bin ich höchstens für mich selber. Ladebooster. Für was brauche ich einen Ladebooster? Für was brauche ich diesen Ladebooster? Was ist der große Unterschied? Was können die anderen nicht? Was kann der? Ja, Ladebooster ist genau das gleiche Thema wie Rapid. Hier haben wir einen Ladebooster, den es auf dem Markt in dieser Form halt nicht gibt. Das ist auch wieder der Grund, warum ich auf diesen Ladebooster von WCS ganz, ganz großen, gesteigerten Wert lege. Dieses Gerät hat mehrere Funktionen und ist eigentlich drei, vier Geräte in einem. Und das ist eigentlich die Clou dran. Dieses Gerät hat nicht nur die Funktion des Ladeboosters. Was ist ein Ladebooster? Wir fahren, haben einen Aufbauakku. Ich habe gerade schon erwähnt, wir haben zwei getrennte Systeme. Einmal System Aufbau, einmal System Fahrzeug. Während der Fahrt möchten wir natürlich, dass unsere Aufbaubatterie mitgeladen wird. Das wird früher bei AGM oder in AGM, Bleisäure-Technik, wurde das mit einem Trennrelais aktiviert. Das heißt, ich lasse das Fahrzeug an, D-Plus-Signal, Zündungs-Plus, läuft auf das Trennrelais. Trennrelais öffnet und stellt die Verbindung her. Da die Lichtmaschine, wenn die lädt, eine höhere Spannung hat, zieht er durch und lädt automatisch die Aufbaubatterie. Mittlerweile haben wir Lithium-Technologie. Es ist nicht mehr ganz so einfach und es kommt auch nicht wirklich genug Leistung entsprechend rüber. Also boostert man. Das heißt dann Ladebooster. Auch hier wird ein D-Plus-Signal angeschlossen und dann wird dem Trennrelais, im Prinzip ist das dann der Ersatz unseres Trennrelais, dann wird dem Ganzen freien Lauf gelassen und er lädt dann unsere Aufbaubatterie. Jetzt haben wir hier den Vorteil bei diesem Gerät. Er kann bis zu 50, 60 Ampere nach hinten schieben. Wenn das nicht reicht, kann man so sagen, man nimmt einen Master, einen Slave, dann können wir bis 100, 120 Ampere Ladestrom erzeugen. Ist natürlich eine Menge Holz. Jetzt sagt ihr, ja, was passiert mit der Lichtmaschine? Genau da ist nämlich die Drucks. Dieser hier überwacht die Lichtmaschine. Das ist nämlich das Nonplusultra und überhaupt das Wichtigste. Und da gibt es so Videos, die dann draußen rum erklären, so von wegen, naja, das geht überhaupt nicht. 60 Ampere kann man überhaupt nicht als Ladebooster nehmen, weil der Motor, der würde ja schon 100 Ampere verbrauchen und ich habe bloß eine 120 Ampere große Lichtmaschine. Alles totaler Bullshit. Also wenn der Motor mal läuft, ich habe es durchgemessen, dann habe ich einen Verbrauch, je nachdem, was alles an ist, von circa 7 bis 10 Ampere. Kann man ganz einfach machen, nimmt eine Messzange statt der Batterie über die Masse drüber und dann kann man das durchmessen, was da letztlich wirklich an Strom verbraucht wird. So haben wir schon noch genügend Luft, um 50 Ampere hinter in die Aufbaupatterie zu schieben, mittels so eines Ladeboosters. Aber Vorsicht, immer unter Kontrolle der Lichtmaschine. Das heißt, wir überwachen gleichzeitig die Lichtmaschine mit einem Sensor, der daran angeschlossen ist, weil gerade im Stau, zähfließenden Verkehr, Innenstadtverkehr und so weiter, haben wir natürlich die Problematik, Lichtmaschine wird nicht richtig gekühlt, läuft nicht richtig, wird warm, wird noch wärmer. Wenn ich jetzt zusätzlich noch 50, 60 Ampere rausziehe, dann wird das Ding natürlich scheißheiß. Also regelt er seinen Ladestrom automatisch runter, wenn so eine Situation eintritt, um die Lichtmaschine zu schonen. Und das ist ein ganz toller Vorgang und auch das kann kein Ladebooster. Das heißt, ich bin hier vollkommen safe. Meine Lichtmaschine wird immer geschützt, die kommt nie in den Verschleißbereich. Somit habe ich immer den idealen Ladezustand für meinen Aufbauakku und es funktioniert alles tadellos. Gleichzeitig wird natürlich auch die Temperaturkontrolle überwacht von Akkus, damit auch dementsprechend hier kein Fehler vorliegt. Und zum nächsten habe ich hier auch noch die Rapid-Funktion, den, den ich im Vorgang als separates Gerät schon erklärt habe. Da gibt es nur noch einen Unterschied am Rapid, wenn ich den drücke, das ist dann hier dieser Knopf, dann muss ich keine 45 oder 30 Minuten warten, sondern maximal 5 bis 10 Minuten, weil er wesentlich mehr Strom in die Aufbaubatterie schieben kann. Und so ist das ganze Gerät natürlich ein Hightech-Gerät mit D-Bus- und Komp-Schnittstellen, wo man dementsprechend abrufen kann, wo man einschalten, ausschalten kann, wo dann auch später mal in sein integriertes Bussystem mit einfließen wird, um Thematiken genau rauszulesen. Dieses Gerät ist von 12 auf 24, 24 auf 12 Volt fähig. Dieses Gerät ist überhaupt komplett einstellbar auf die jeweiligen Fahrzeuge und Situationen. Auch da haben wir schon erlebt, dass es ganz gravierende Unterschiede gibt von den Einstellwerten her. Wir haben hier die Programmsoftware, um alle dementsprechende Parameter richtig einzustellen, zu programmieren, damit das alles safe ist und damit das Ding wirklich funktioniert. Ich sage, da hat WCS wirklich Energie reingesteckt. Da sollten sich andere Firmen mal echt eine Scheibe abschneiden, weil da tut sich ja auf dem Markt gar nichts. Es gibt nach wie vor die Standard-Ladebooster. Man muss sich ja mal vorstellen, wenn ich einen Shout mit 20, 25 Ampere Ladebooster habe, habe hinten nur meinen Kühlschrank gelaufen, der auf 12 Volt läuft, weil er auf Automatik steht. Der zieht schon mal 10 Ampere weg, 15 Ampere weg. Dann bleibt gerade mal noch 10 Ampere Ladestrom übrig. Es ist echt schmächtig. Wenn ich jetzt 300 Ampere Stunden Lithium verbaut habe, dann muss ich viel Auto fahren, um dass das Ding wieder voll wird. Hier 50 Ampere, 60 Ampere, minus 10, 15 Ampere kommen immer noch 35, 40 Ampere in die Aufbaubatterie während der Fahrt. Da kann ich kurze Strecken fahren. Mein Aufbauakku ist sofort wieder voll oder wesentlich zügiger wieder voll. Ich habe wieder Energie und schon kann ich wieder autark stehen und gewinne unwahrscheinlich an Energie. Das macht das Gerät so schick. Dann natürlich auch die Bauform, schön klein, händlich, sehr wertig. Warum? Metall, kein Kunststoff. Ganz einfach, damit die Hitze sauber abgeleitet wird. Das ist ganz wichtig. Das Gerät muss unheimlich viel leisten, dass es wirklich hochqualifizierte Technologie, wo da verbaut wird. Und das macht das ganze Ding natürlich schon zu einer gigantischen Rarität. Ich kenne keinen zweiten Ladebooster, der das kann. Ja, es gibt von Victron auch Ladebooster in der hohen Leistung. Natürlich auch zu einem anständigen Preis, wie der auch. Aber die können halt nur boosten. Die haben keine Lichtmaschinenkontrolle. Die haben keine Rapid-Funktion und so weiter. Muss alles separat gemacht werden, was alles hier integriert ist. Das sind die großen Unterschiede von den Geräten. Ich wollte diese nur noch mal vorstellen. Den Sinn und die Sinnhaftigkeit. Ich sage, Ladebooster ist heutzutage in der Lithium-Technologie fast unumgänglich. Weil, ja, ich will einfach, dass mein Akku ratzfatz voll ist. Ich will nicht ewig warten müssen. Ich will nicht ewig Geduld haben müssen, bis mein Akku wieder geladen wird. Und da ist so ein Ladebooster schon echt von, ja, Nöten. Jedenfalls macht er wirklich Sinn. Ich habe auch noch ein paar Einbaubeispiele. Ein Einbaubeispiel zum Beispiel, was ich euch zeigen will. Da haben wir gerade ein Großprojekt. Da kann ich euch das mal gut demonstrieren, wie wir das Ganze verbauen. Wenn das Teil natürlich unterirdisch irgendwo verbaut ist, wo man nicht mehr hinkommt, dann haben wir die Möglichkeit eines Multitasters zum rauslegen. Eines Tasters, wo man dann dementsprechend ganz bequem von der Sitzkonsole aus seine Rapid-Funktion drücken kann oder das Gerät ausschalten kann oder was auch immer. Also rundum ein tolles Gerät, rundum für mich ein nicht wegzudenkendes Gerät. Und hier bei Mica Caravan, wir verbauen ausschließlich diese Ladebooster von WCS, weil die halt einfach, ja, auf dem Markt eine große Alleinstellung haben. Und genauso wie sein Rapid eine große Alleinstellung hat. Ich finde, beide Geräte sind getrennt voneinander, gut oder sehr sinnhaft. Wenn man keinen Ladebooster benötigt, weil schon verbaut, dann ein Rapid, weil der natürlich meine Startup-Patrie, wie ich vorhin erklärt habe, gut überwacht. Und ansonsten Ladebooster, da ist der Rapid mit integriert. Und das ist ein, ja, ein Hammergerät. Ich bin begeistert. Und ich habe den bei mir verbaut, jetzt schon seit über zwei Jahren oder seit zwei Jahren, seitdem es ihn gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Fahrzeug ist weder einmal leer geblieben, noch habe ich Probleme gehabt mit meinem Lithium-Akku auf kurze Strecken, immer wieder rutschfatzvoll. Das ist echt Technologie und da macht das Camping ganz anders Spaß. Das ist einfach so. Tja, jetzt habe ich euch einiges erzählt über die Technologie von WCS, Ladebooster und Rapid-Funktion. Mir war das einfach an meinem Herzen gelegen, dass man das Thema mal aufrollt. Ich freue mich auf zahlreiche Kommentare, auf eure Erfahrungen oder auf eure Anregungen, solange sie konstruktiv und natürlich auch sinnvoll sind. Würde mich wirklich einmal interessieren, wie ihr das Ganze seht, Sinn oder Unsinn. Ich bin der Meinung, dass die Geräte wirklich ihren Ruf verdient haben, der sehr gut ist. Natürlich gibt es immer wieder Liebhaber für auch andere Geräte, was durchaus berechtigt ist, weil nicht alle auf der Welt können nur noch mit einem einzigen Ladebooster rumfahren. Das ist natürlich eine Traumvorstellung, aber es ist halt. Und ich muss jedenfalls sagen, ich finde das Gerät wirklich toll und unheimlich sinnig. Gerade der Rapid ist eine ganz tolle Geschichte in dem Zeitalter dieser ganzen Steuergeräte. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, ganz lieben Dank fürs Anschauen und auch schon mal vorweg lieben Dank für eure Kommentare. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt mir gesund. Ich sage ein wunderschönes Wochenende für euch und wir sehen uns im nächsten Video. Also bis zum nächsten Mal, euer Micha. Bis zum nächsten Mal, euer Micha.